Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Viele wissen es, dass wir schon seit einigen Monaten eine Broadcast-Liste in WhatsApp führen. Dort verschicken wir Verse aus der ungefähren Übersetzung des Koran und wir verschicken Ahadith und wir verschicken Bilder rund um den Islam. Alles, was rund um den Islam damit zu tun hat und das machen wir seit Monaten und Alhamdulillah erfolgreich geworden habe ich meine Broadcast-Liste gefragt, wie sie das zu finden und wir haben Inshallah innerhalb von 4 mal Daumen 20 Minuten über 200 positive Bewertungen gekriegt. Deswegen, wer mitmachen möchte, schreibt uns einfach in WhatsApp an. Hier sind die Daten. Einfach Nummer einspeichern, anschreiben und für die Schwestern, die verheiratet sind, bitte erstmal den Ehemann fragen und für die Schwestern, die etwas jünger sind, bitte erst die Eltern fragen und Inshallah seid ihr alle willkommen und falls es eine islamische Frage gibt, so werde ich versuchen, diese Frage bestmöglich zu beantworten, aber bitte kurze, kleine Fragen und möge Allah euch belohnen, für euer Gutes zu hören. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soviel結gelt Pol Voltete. Soviel gut zu hören, dann unter지는 Naismakkai. Soviel gut zu hören, in der 27.18. Soviel gut zu hören, ab Partner infiniten unseresお